Das zweite Thema, mit dem ich mich letztes Jahr sehr viel beschäftigt habe, weil ich Kuratorium von Bye Bye Binary letztes Jahr war, klingen weibliche Bäume eigentlich anders, wenn sie sterben, als männliche Bäume? Ich habe noch keine Antworten. Und ich habe auch bewusst noch keine Experimente jetzt mit Kontaktmikrofonen gemacht, an lebenden, an sterbenden, an sehr trockenen Bäumen, die hier schon seit Jahren im Atelier liegen, weil ich erstmal meine Fantasie als Künstlerin anregen wollte und mir meine utopischen Schläge in meinem Kopf selber vorstellen wollte. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank.